Generationen beziehungsunfähig Es gibt immer mal wieder Momente, in denen ich mich frage, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich an bestimmten Punkten andere Entscheidungen getroffen hätte. Es sind diese Was-wäre-wenn-Momente, in denen ich mir eine andere Version meines Lebens vorstelle. Am Wochenende ist es wieder passiert, als ich meine Eltern besucht habe, die in einem Einfamilienhausgebiet am Rand von Berlin wohnen. Nach dem Mittagessen machten wir einen Spaziergang. Als sie am Sonntag durch die menschenleeren Straßen liefen, begann ich, mein Leben mit dem Leben meiner Eltern zu vergleichen, an welcher Stelle sie standen, als sie in meinem Alter waren. Sie waren verheiratet, hatten ein Haus, Kinder und zwei Autos. Alles war geordnet. Sie waren weiter als ich. So gesehen bin ich verglichen mit ihrem Leben gnadenlos gescheitert. Und damit bin ich nicht allein. Die meisten 30-Jährigen, die ich kenne, besitzen keine Autos und obwohl sie schon irgendwie gern Kinder hätten, empfinden sie es erst einmal noch, als zu früh Eltern zu werden. Und natürlich wohnen sie auch nicht in Einfamilienhäusern. Sie wohnen in WGs. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzki hat sich schon vor Jahren darüber beschwert, dass viele deutsche Autoren ihre Debütromane erst mit Mitte 30 schreiben. Heutzutage gilt man mit Ende 30 noch als Jungautor. Das lässt sich nicht nur auf die literarische Welt anwenden, es zieht sich quer durch alle Bereiche. Die Dinge haben sich verschoben, beruflich und privat. Ja, ist natürlich auch eine Geldfrage. Erklärte mir mein 32-Jähriger bekannter Christoph, als ich ihn darauf ansprach, warum er eigentlich immer noch in einer WG wohnt. Ist ja auch so, dass sich die Bildungswege einfach verlängert haben. Nach dem Abitur war ich erst mal im Ausland und dann habe ich angefangen zu studieren. Ich habe erst mit Ende 20 richtig gearbeitet und dann auch noch als Praktikant. Heute gibt es den Begriff der 30-somethings. Zudem passt es schon ganz gut noch, in WGs zu leben und sich für Kinder noch zu jung zu fühlen. Das Etikett soll einem das Gefühl geben, noch Zeit zu haben. Spielraum. Christoph ist Journalist und seit zwei Jahren Single. Obwohl er sich unter Wert verkauft und gnadenlos unterbezahlt ist, ist er zuversichtlich. Er ist auf dem Weg. Er hat mir einmal erzählt, warum ihn seine Ex-Freundin verlassen hat. Ich bin beziehungsunfähig, hat sie gesagt. Sie hatte immer das Gefühl, mit einem Single zusammen zu sein. Die Arbeit wäre mir wichtiger als sie. Und? Hat sie recht? Klar hat sie recht. Der Job ist mir einfach sehr wichtig. Ich könnte mir nie vorstellen, was Mittelmäßiges zu machen. Und harte Arbeit ist der Preis, den man zahlt, wenn man sich selbst verwirklichen will. Wir haben uns auch pausenlos gestritten. Dieses ständige Problematisieren, das kann ich nicht gebrauchen. Das wirkt sich alles auf den Job aus. Man muss dazu sagen, was der Begriff Job heutzutage eigentlich bedeutet. Die Generation unserer Eltern hatte einen Beruf und ein Leben. Es gab eine Trennung. Nach der Arbeit pflegten sie ihr Privatleben. Heute ist das verschmolzen. Ein Job ist heutzutage mehr als nur ein Job. Ein Beruf hat den Anspruch einer Berufung. Das liegt auch daran, dass keine Generation so zwanghaft in dem Bewusstsein aufgezogen wurde, etwas Besonderes zu sein wie die heutige. Darum war in keiner Generation der Wunsch so groß, sich selbst zu verwirklichen. Das ist ein Job.